Liebe Gemeinde, weiter geht es mit der Robinsonade. Wir müssen, äh, wir müssen bald zahlen. Tja, wie läuft's mit Wild und dergleichen? Nun, es geht's. Party haben wir ein bisschen gemacht. Und das hat sich gut hier ausgezahlt. Die meisten Dinge gehen soweit also ganz gut. Ich fürchte, aber bald müssen wir unser Schutzgeld bezahlen. Jäger, jag doch. Beten. Hier setzen wir noch zwei weitere Brunnen rein. Einfach, damit wir ein bisschen mehr Wasser hier in den Reserven haben. Und ich würde sagen, wir zahlen unser Schutzgeld. Der da hinten will Happa Happa haben. Und Happa Happa benötigt, äh, Wild. Da müssen wir schauen, wie gut wir da rankommen. Wir müssen auch einplanen. Oh, da ist noch eine Ruine. Wir müssen auch noch einplanen, wie wir dann, äh, unsere Kühe aufsetzen möchten. Wo die landen sollen. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Denn... Das geht natürlich ein bisschen in so einen Stadtplatz, den wir zur Verfügung haben. Kling. Oh, 500 Gold. Wir können Freitag kurz mal ausrauben gehen. So, das ist brav. Wenn du willst, können wir jetzt ein bisschen Handel treiben. Ich hoffe, das ist Fisch, nicht wahr? Ich sollte zum Schiff reiten und sehen, was noch zu gebrauchen ist. Steiner. Nett. Steinmetze legen wir still. Es ist schon eine kleine Strecke zum Lagerhaus. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen gewagt. Wir setzen eine dritte Jagd heute hier hin, die an diesen beiden mitjagen darf. Auf euren Befehl, wie ihr wünscht. Oh ja, außen können wir das Gebiet hier einnehmen. So. Auf euren Befehl. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl. Ei. Verstanden. Gut, Wild ist weg. Jawohl. Mit dem können wir handeln. Wir können Fisch kaufen. Taufen mal den Fisch. Oh, wir rauben ihn noch aus. Da gibt es noch mehr Steine. Steine machen mich immer sehr glücklich. Tavernen dürfen wir noch nicht. Aber wir können schon mal eine Imkerhütte bauen. Und wenn wir die haben, dann... Bonik und so. Es wird Sachen angenehm machen. Hier hinten? Hier hinten. Wir haben ein Territorium eingenommen. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus ist voll. Wir sollten es ausbauen. Ein volles Lagerhaus können wir gerade gar nicht gebrauchen. Das Reich von Nidun erhebt Tribut. Betreide. Wie nett. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Da rein. Passt. Komm schon. Lass mich. Danke. Ausbauen. Dürfen wir hier hinten nochmal... Irgendwie ein Bienenstock aufsetzen. Naja. So ganz. Da passt noch einer hin. Und da. Damit haben wir acht. Ich hätte gerne noch einen neunten. Aus keinem spezifischen Grund, außer dass wir es können. Und aus der Hoffnung heraus, dass es ein bisschen bessere Versorgung gibt. Eine Eisenmine ist erschöpft. Ich glaube über acht ist eigentlich schon gut genug. Theoretisch. Eisenmine leer. Produktion einstellen. Okay. Ab hier wird es schwieriger. Alter, da war gerade ein Punkt, den wir nutzen konnten. Jetzt kommen wir zum schwierigeren Teil. Wir müssen die beiden irgendwie verbunden bekommen. Okay. Hat geklappt. Okay. 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 Bevor wir hier eine Verbindung ziehen, lassen wir die Straße erstmal so. Und deponieren unsere Kräuter-Sammler bereits. Zwei Stück, denke ich. Es ist immerhin schon ein bisschen was an Strecke. Nicht sonderlich viel, aber ein wenig schon. So können wir unsere Apotheken auch bereits einplanen. So, drei Apotheken wollen wir in der Stadt haben. In üblicher Manier. Wir können hier noch eine hinsetzen. So. Beziehungsplatz. So. So. Schon unterwegs. Jetzt beraubt sie nochmal. Kriegen wir kleine. Wild kommt rein. Wir schicken Happa-Happa für Eteba. Alles klar. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Alles klar. Sofort. Sofort. Auf euren Befehl. Verstanden. Gut. Was ist im Schiff noch nutzbar? Naja, viel ist es nicht. Aber wenigstens habe ich die Schiffskasse geborgen. Schon ein bisschen. Das ist schon eine ganze Menge eigentlich. So, dann kommen wir hier rüber. Warum geht da den ganzen Weg da außen rum? Sagt mir nicht, diese Straße hier ist nicht begehbar. Fein, weil ist diese Straße da nicht begehbar. Ah, hm. Njam, njam. Mann, jetzt frei. Schön für ihn. Alles klar. Verstanden. Schon unterwegs. Zack. Alles klar. Schon unterwegs. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen. Gut. Wir können ein wenig Party schmeißen. Jawohl. Ein Karten mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und wir können ein paar weitere Steine absammeln. Wir müssen immerhin noch unsere Kirche ein weiteres Mal ausbauen. Schon unterwegs. Ich sollte mal nach dem Abend Freitag sehen. Hoffentlich geht es ihm gut. Alles klar. Juhu. Freitag ist jetzt immerhin frei. Alles klar. Hallo Freitag. Wie geht es dir? Ist alles gut überstanden? Noch alle Gliedmaßen dran? Oh ja. Danke schön, Saraya, für deine Hilfe. Alles noch dran. Das sind ja gar keine Kannibalen. Hi. Mit dem Trick zocken die immer die Neusiedler ab. Ha. Na, ihr seid mir eine Schlingelbande. Und ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Sei nicht böse. Ich schicke dir ein paar Kräuter von deiner Apotheke. Dann ist alles wieder gut, ja? Handeln können wir jetzt auch über meinen... Können wir jetzt auch, meine Retterin. Na gut. So eine Sauband... Na gut. So eine Saubande und ich fall drauf rein. Nee, nee, nee. Aber nun kümmere ich mich mal wieder um ein kleines Paradies. Wir schließen Freitag mal ein Straßennetz an. Und auch hier hinten. So. Dann zurück zum Marktplatz. Wir können ein bisschen Parity schmeißen. Allmählich geht's voran. Sehr schön. Sehr schön. Parityen dürfen jetzt gebaut werden. Gut, arbeiten wir dran. Bauen aus. Gut. Hopper, hopper, hopper. Mehr. Okay. Ich hoffe, du verzeihst uns keinen Spaß. Und schickst du uns trotzdem noch etwas Grillfleisch? 100. Klar. Hier, nimm mehr Hopper, hopper. Mehr Party. Geben wir uns unseren grenzenlosen Hesonismus hin. Ich mag die Bäume hier, deswegen werde ich hier nicht so viel reinsetzen. Nur ein Brunnen. Auch hier werde ich ein bisschen freilassen. Den Bereich hier, den will ich nicht wirklich bebauen. Wuhu, Beten. Warum hungern die Leute? Wir sollten eine weitere Bäckerei bauen. Die kommen mit der Produktion nicht hinterher. Und wie sieht es mit Fisch aus? Hm. Zum Dank verrate ich dir auch, dass es auf deiner Insel einen gut versteckten Piratenschatz gibt. Aber suchen musst du alleine. Aus vollem Herzen diene ich euch. Bestätigt nun eure Gunst mit einem neuen Titel. Ja, mach ich gleich. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. So, zuallererst greifen. Die Siedler werden stolz auf meinen neuen Titel sein. Ach, schau einen an. Graf. Alles klar. Na, dann lassen wir wieder ein paar Teilchen rüberwachsen. Ihr braucht jetzt Bier? Na, dann schickt uns mal eine... Ihr braucht jetzt Bier. Dann schickt uns mal eine Kostprobe. Natürlich. Die wollen alles umsonst haben, die Leute. Einem Steinmetz fehlt es ein Stein. Sofort. Danke für das Geld. Ah, hat sich die Sucherei gelohnt? Schon unterwegs. Zum Glück wussten wir noch von vorher, wo das Teil war. Weil uns der Käfig recht früh aufgefallen ist. So, noch ein bisschen Party zu beten. 25,4. Sollt ihr haben. Eine Familienstatue. Dahin. Steinmetz fehlt ein Stein. Ja, ist erstmal genug Stein. Kirche muss noch einmal ausgebaut werden. Kirche hoch. Lager ist voll. Wow, mit auf. Ich sehe. So was geht natürlich nicht. Wenn es um Klamotten geht, könnten wir noch einen weiteren Weber gebrauchen. Ja, hier übrigens immer das Geld. Äh, genau. Badehaus. Das war das. Dann stoppen wir mal auch den Alkoholkonsum, weil die Leute sich ansonsten nur die Leber kaputt machen. Rüber damit. Ein bisschen beten, um die Leute im Zaum zu halten. So, der Karren kommt durch. So, ist brav. Wagen ist los. Alles klar. Spaß. So, und da wir aktuell auch keinen wirklichen Bedarf haben, Soldaten auszubilden, setzen wir hinten ein paar Kasernen auf. So setzen wir einfach mehr Soldaten auf Reserve und sorgen für ein bisschen Waffenkonsum. Sammeln auch nebenbei mehr Bevölkerung an und diese Bevölkerung wird dann hilfreich sein, um schneller Krankheiten zu bekommen, damit unsere Pharmaindustrie, damit unsere Apotheken arbeiten dürfen. So, da ist es nicht schlecht. Haut zwar nicht so rein wie unser Rum, aber besser als Wasser. Lasst uns handeln. Gib mir Kühe. Ich würde sagen, wir etablieren mal ganz kurz ein bisschen was in Bezug auf Kühe. Wir holen uns drei Kuhherden von denen. Danke. Wir haben ja keinen Wildvieh irgendwo gesehen. Jetzt können wir auch ein paar Käser bauen. So zwei. Zwei Käser machen sich erstmal gut. Ja, einmal Käse hier und setzt von mir aus gerne noch eine Apotheke daneben, damit die Kühe, sollten sie krank werden, sofort versorgt werden können. Ein bisschen Party. Brunnen ist versiegt. Zum Glück regnet es jetzt gerade in diesem Moment. Kühe sollten unterwegs sein, insofern ist das hier komplett in Ordnung. Dann setzt da mal zwei Brunnen neben, damit die hier in der Lage sind, das Vieh zu tränken. Wo sind die Bäume von hier? Ah, die Holzfäller. Wir machen den mal weg und setzen da einen Käser hin. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Denn letzten Endes haben wir hier unten Zugriff auf Holz. Entsprechend. Boden, wir schließen lieber die Gebiete hier. Halten hoffentlich ausreichend Abstand von den anderen Viehzeugen. Und diese Bäume werden ja mit der Zeit nachwachsen, wenn da nicht weggeholzt wird. Weil die Baumstumpen noch alle da sind. Er hat ja nicht lang gedauert, bis es einen von denen erwischen würde. Wer hier? Das Jagdwild ist da. Das Problem... Nein, es ist noch da. Es funktioniert alles. Irgendwann würden die aber überwildern. Das hätte uns klar sein müssen. Naja, das Geschrei müssen wir uns jetzt eine Weile anhören, schätze ich. Und die 150 überschreiten wir jetzt auch bald. Bestimmt. Was können wir... Wir könnten eine Belagerungswaffenschmiede bauen. Sobald wir Belagerungswaffen haben... Gehen Dinge ja bestimmt auch ganz gut. Wenn wir sie brauchen, wahrscheinlich nicht. Ist mir egal. Es reicht nämlich ganz genau, um uns auf 151 zu bringen. Krankheiten auszulösen, dass die Apotheken Geld verdienen können. Und uns nicht die ganzen Kräuter hier die ganze Zeit das Lagerhausen dicht machen. Außerdem haben wir die unten noch nicht alle ausgebaut. Das hätte mir vorher auffallen können. Wie ihr wünscht. So. Mal nachschieben. Und Marquis soll es gleich kommen. Jetzt muss nur ein bisschen Reichtum noch beschafft werden. So. Gebt mir einen Moment. So. Und Aufstieg. Banner. Ein Banner. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Das Piratenest hätte mich schon mal interessieren. Ich soll zwar nicht, aber ich bin doch neugierig, was da abgeht. Ich darf nur dem Tor nicht zu nahe kommen, damit sie mich nicht entdecken. Ach ja, Neugierde. Nichts geht mit Neugierde jemals schief. Wir machen den dann mal weg. Lassen unsere Innenstadt einfach ein bisschen bewachsen werden. Können wir diese Schafpferde irgendwie anders deponieren? Irgendwie, okay, irgendwo da oben. So. Da kriegen wir ein bisschen mehr Platz für unsere Stadt. Können wir einen zweiten Banner-Macher hier oben aufsetzen? Noch ein bisschen Party. Und ein bisschen Schub geben. Das Herz zu tun bekommen wir nämlich gleich recht schnell zu... Ah ja, die müssen die Burg noch ausbauen. Hoppla. Wir bekommen unser Holz immerhin jetzt von hier draußen. Da können wir ihn in unserer Stadt einfach wachsen lassen. Wir bräuchten neues Eisen. Da sollen wir also hin. Oder eben nicht, aber da gehen wir hin. Halt, wir drehen nochmal um. Herzogtum wartet gerade auf uns. Denke ich nämlich auch. Und wenn wir beide das denken, nun, dann werden wir wohl recht haben, nicht wahr? Die Siedler werden stolz auf meinen neuen Titel sein. So. Jetzt kannst du in diese Richtung abgehen. Alles klar. Wie ihr wünscht. Während wir uns ansehen... Wo wir noch weitere Verzierer hinsetzen möchten. Herzenmacher. Tischleere. Und... Hier hinten ist ein bisschen das Schmiedegebiet. Da würde ich schon gerne Schmiede aufsetzen. Können wir hier vielleicht ein bisschen Ebenheit reinbringen in den ganzen Spaß? Wenn wir mit einem kleinen Gebäude anfangen. Geht denn das genug ein, damit ein leicht größeres Gebäude da hinpasst? Ja, tu das. Gut. Dann hätte ich gerne noch einen zweiten Tischler und Kerzenmacher. Aber mal als die Einebnungsfrage, können wir... Das Ganze gerade genug biegen. Scheinbar nicht auf diese Art. Aber was, wenn wir es andersrum machen? So rum geht das? Da war es doch gerade. Spiel da. Und ein weiterer Schmied. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Da hin. Gut. Nein. Ausbauen, ausbauen, ausbauen. Ausbauen. Quicksafe. Quicksafe. Und dann... Mal da hoch. Na, hier geht sie ab. Holla die Waldfee. Die haben definitiv Spaß, diese Piraten. Oh je. Schnell nach Hause. Erdbeben, 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 nein. 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 Dann schaue ich mir mal die Bescherung an. Verstanden. Das ist ein Problem für Zukunftseisen. Ach komm schon. Das ist nicht gerecht. Das ist ganz und gar nicht gerecht. Wie geht es den anderen? Ach, denen geht es allen gut. Okay. Würde ich doch nicht so unterschreiben. Den geht es auf jeden Fall irgendwie. Nun gut. Liebe Gemeinde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Cheerio.